Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier White Day, A Labyrinth Named School, aber wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, sehen wir gleich den geheimen neuen Charakter. Sie heißt Yoji Min und ich erkläre gleich, wie man sie bekommt. Ja. Ja, ähm, die Sache mit Klassenzimmer 8. Ähm, ich habe was im Klassenzimmer vergessen. Hm, wait, you're telling me that I'm in your way? Tch, wait, I don't think I've ever seen you before. Ähm, ich bin neu hier. No, same class is so young. One after another, they just keep coming. I gotta beat them off with a stick. Also, ich finde sie lustig. Ähm, du scheinst ja gerne zu malen. Sie ist ganz schön seltsam, aber irgendwie mag ich sie ja. Also, sie ist eine ganz verrückte Nudel. Ja, und zwar, ich erkläre es kurz. Man muss am besten, ich weiß nicht, ob das Voraussetzung ist, ob das nötig ist, auf schwer durchspielen. Und man muss das Ivory Ending bekommen. Das heißt, das, was ich jetzt gehabt habe, man muss einfach ganz nett zu so young sein und ganz normal durchspielen. Also nicht auf Seiten von, ihr wisst schon, der Zicke sein. Ja, was haben wir noch? Dann müssen wir alle 10 Zeichnungen finden hier im ersten Hauptgebäude. Und, was haben wir noch? Nö, das war's. Also einfach nur durchspielen. Alle 10 Zeichnungen finden im ersten Durchlauf. Zum Glück habe ich das wohl geschafft. Achso, und ich lasse die ganzen Sachen liegen. Das hat einen Grund, aber dazu komme ich dann noch. Gut, kümmern wir uns mal um den Baum, weil der muss weg. Sonst ist das alles nicht machbar hier. Sonst ist das alles nicht machbar hier. Das war's schon. Der Witz dabei ist jetzt nämlich, wir haben absolut freie Hand. Wenn jetzt der Hausmeister kommen würde, wäre es wieder ein bisschen stressig. Wir müssen nämlich alle 10 Zeichnungen hier zusammensuchen. Von, äh, wie heißt sie? Von, äh, irgendwas. Die kleine. Ja, Jimin. Jimin heißt sie. Ich hab's mir irgendwo aufgeschrieben auf ganz viele Fresszettel. Jimin. So, und zwar ist das die erste. Und weiter im Text. Das ist der dritte. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hey, why are you still here? Anyway, what was that noise I heard? ZDF, 2020 What do you mean? So Young's gone? Hmm, I don't understand what you're saying Why are there so many guys in this school Who are completely obsessed with So Young? She's not even that pretty Hey, come on, be honest Are you here this late because you're into So Young as well? Is it? Because tomorrow is white day Have it your way then Look, wake up, stupid You think you're the only one So Young bewitched with that face of hers? You don't know this But she's a manipulative witch Are you taking her side? And that's not all There are a ton of totally strange rumors about her Rumor has it So Young Did you hear something just now? Jetzt ist es nämlich wichtig Der Quelle des Geräusches hinterher zu gehen Und nicht der olden Zipper What are you doing in here? Tell me, what happened earlier? Are you saying you saved me? I can't remember anything I woke up on the floor of a completely different room I have a feeling that tonight is very different Maybe the day is here You know something, too Don't you? Oh, yeah? Maybe That might have caused it All right That's fine This school Has so many hidden secrets I'm gonna go now If you want to leave the school Go to main building, too Alles klar, das mach ich Aber jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen Ob er da Weil der doofe Hausmeister kommt Aber ich kann ihn verarschen Tell me, why So Young's face froze all of the sudden Did you come to this school just to follow around So Young? Thank you? What should I thank you for? I think you are very confused She is so irritating Just tell me Why So Young left the meteor room so mad With that face Ähm Ja, du bist doch der Stalker What? What? Oh fies, dass man hier neue Sequenzen sieht. Weißt du was, ist mir egal. Du bist eh doof wie Brot. Oh Gott. Ne, also hier ist er wirklich doof. Ich muss ja sowieso nur schnell die, das Emblem einsetzen und das ist gut. Aber ja, es ist voll gut, dass ich jetzt mal neue Sequenzen sehe und ihr natürlich auch. Hier ist sie nochmal, Jimin, Minji, oh Gott, ich kann mir das nicht merken, Jimin, so heißt sie, das Mädel. Okay, jetzt geht es rüber in das Hauptgebäude 2 und wir müssen als nächstes in das Büro des Direktors. Puh, okay, wir brauchen wieder den Code, ha, jetzt ist die Frage, was ist das jetzt schon wieder? Könnte sein 1, 1, 8, 4, 2, testen wir das mal, wenn der Blödmann jetzt nicht kommt und mich überrascht. Habe ich eigentlich einen Stift? Ich glaube, ich gehe mal lieber speichern, äh, unten, weil, ich glaube, das kann ich jetzt immer noch verhauen, dass ich sie bekomme, Jimin, wenn ich mich jetzt, glaube ich, eine falsche Antwort gebe, dann ist das doof. Oh, ich habe keinen Filzstift. Ich habe nicht einen aufgesammelt. Und da haben wir einen. Ich habe wirklich alles zurückgelassen für Jimin, obwohl es wohl nicht notwendig sein wird, auf leicht, also. Ja. Gut. Ich hätte es ja auch in Hölle spielen können, dann hätte ich den letzten Raum aufbekommen, warum nicht, ne? Haha. Oh, was habe ich jetzt gesagt, das ist die Kombination. Es ist auf jeden Fall immer wirklich... Was? Ja. Das Telefon. Ne, ne, ne. Da werde ich nicht rangehen. Es ist immer was aus 1, 2, 4, 8. Immer eins davon. Perfekt. Ich glaube, das ist auch hier ein Spieldurchlauf anders. So, das haben wir alles schon gelesen, ich muss eigentlich nur schnell... Ah, das Handy. Ich kriege hier die ganze Zeit SMS und guck mal, hier auch wieder. Ich bedachte sie nicht als Bild... Was? Ne, sie als Bild, nicht als Worte betrachten. Ah, der Direktor. Der überwacht gerne. So. Ist das schon? Das war's. Und das Kassettentape. Gut, wir müssen jetzt glaube ich nur einen bestimmten Monitor betrachten. Sonst läuft was falsch. Ah, genau. Der Schlüssel. Und den dritten soll ich warten? Warum kann ich den dritten nicht? Oh nein, der kommt jetzt rein. Ja, ja. Hier muss ich auch noch, ganz schnell. Ja. Ist der Richtige. Wir müssen Jimin glaube ich jetzt... Ja. Ganz schnell suchen und retten. Wow. Wow. Wie es einfach mal brennt. Ah. Du Schwein, ich muss Jimin retten. Ach Mist, den Schlüssel brauche ich ja auch noch. Ich wollte schon sagen, hat er schon das Interesse verloren? Der ist ja echt nicht aufmerksam, der Typ. Warum? Warum mein Freund? Ah. Ja. Die schlagen mal. Dies. Aber er ist auf jeden Fall um einiges langsamer und dümmer als auf schwer. Wirklich. Also. So. Ja, ja. Kannst du viel klingeln, wie du willst. So. Hol den Schlüssel bitte. Nein, 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 nein. Warte, das läuft falsch. Das läuft falsch. Das war falsch, Leute. Genau das meine ich. Den Schlüssel darf ich mir erst später holen. Wenn ich mir den jetzt schon hole, dann funktioniert das leider nicht. Weil dann ist wieder das mit so jung ausgelöst und oh Gott ja. Und dann können wir Jimin nicht mehr retten, weil dann ist sie quasi schon tot. Weil das Event einfach übersprungen wird oder so glaube ich. Der macht nicht mal die Tür auf auf easy, ne? Oh. Streuch. Wir sind ein Streuch. Mal ab. Dann machst du zwei Türen ins Gesicht und schon kommt er nicht mehr nach. Das ist irgendwie lustig. Ich werde meinen Spaß haben auf diesem Schwierigkeits-Kart durchzuspielen. Das könnt ihr mir glauben. Oh, oh. Da kommt er schon. Mist. Oh, ich hab den Schlüssel nicht. Ich dachte, ich hab den Schlüssel. Binde meinen Körper. Hier muss ich in den vierten. Der hat schon keine Ahnung mehr, wo ich bin, oder? Wow. Der hört mich auch gar nicht hier. Jetzt mal im Ernst. Der hört mich wirklich nicht. Oh, doch, da brennt's. Wow, ich muss da... Wenn ich den Feuerlöscher benutze, könnte ich das... Könnte das die Flammen nähren. Ich brauche eine nasse Decke oder etwas ähnliches. Oh ja, Gott, ich weiß, wo das ist. Ich glaub, der Hausmeister kommt jetzt nicht. Ja, ich hab mich schon vorher erkundigt, weil sonst... Oh Gott, ich mein, wir haben 14 Minuten auf leicht. Also... Also bitte. Aber hier ist nämlich die Decke. Ganz schnell die Decke holen. Wir könnten es ja hier im Badezimmer schnell nass machen, aber das funktioniert... Oh, warte, warte, warte. Das funktioniert leider nicht, warum auch immer. Und offensichtlich läuft da kein Wasser. Nicht, nerven, bitte. Das Telefon des Horror-Terror-Call-Centers. Die heißen so GmbH und Co. KG, so. Jetzt kommt so jung nämlich nichts. Gut, dann... Wir hoffen den Dritten. Jetzt kann man nämlich dann hier... Oh... Nein! Muss ich nicht das Labor öffnen? Ach doch, hier vorne. Ah! Ich... Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Warte mal, habe ich schon den Schlüssel des Coaches? Momentchen. Oh. Aber ich kann lange retten, immerhin. Ja, den habe ich schon. Mist. 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 Ja, wo ist jetzt, äh... Der PIN, den Schlüssel habe ich. Ach, warte. Auch nix. Verdammt. Wie? Oh Gott, wie komme ich denn nochmal in den zweiten Stock jetzt? Fakultätsbüro 2. Schulverwaltung. Ah. Stimmt ja. Ich muss erst oben in den zweiten Stock nochmal. Ist das kompliziert mit dem Schlüssel hier? Er hat sich das ausgedacht. Was? Dann sollte das die Schule vor die Runde geht, Mensch. Oh nein, hätte ich jetzt nicht... Äh. Bringt mir auch nix der Schlüssel da. Mein Päckchen lasse ich auch mal liegen. Ah, okay. Geht doch. Da. Wo ist der? Da ist der Schlüssel. Mann, Mann, Mann. Der Laborschlüssel. Jetzt können wir nämlich schnell hoch. Das ist kompliziert. Ich will ja nicht wissen, wie es auf Hölle ist, der Countdown. Der Timer. Wahrscheinlich ist es da wirklich Hölle. Oh nein. Warte mal bitte da, wo du hingehörst, du blöder Blödmann. Anatomie, Mann. Ah. So, ich hab ne nasse Decke. Du bewegst dich bitte nicht. So, ich stehe hoch in den vierten und Jimin retten, weil sonst ist das Essig mit neuem Charakter. Oh Gott. Da qualm schon überall aus dem Feld. Der ist schon wieder hier? Was ist nur los mit dir? Ich glaube, ich war zu sterben. Ich glaube, ich war zu sterben. Hm, das riecht aber gut. Bist du okay? Hast du dich verletzt? Es ist okay. Ich bin gut. Oh, bei der Wege. Danke, für mich zu retten. Lass mich meine Wunderschöne, bevor ich wieder auf meine Füße komme. Ähm, na dann, mach nur, ähm. Ja. Ähm, ich hab auch mir aus. Hey, why don't you go and try to find me a way to the new building? Uh, and, if you meet so young, please don't tell her about me, or what happened. Then she'll think of me as a troublemaker. Okay. I'm worried about everything. like me. Oh, I'm so young. Oh, ehh. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Wir sind Jimen, Leute Glaube ich zumindest Luminol Das ist zum Spurensichern Ein Lösungsmittel, um Kupfer Oder Eisen zu erkennen Das wird im Chemilium Was? Chemilium Was? Chemie Lumineszenz Test Wow, ich lese Sachen Es wird im Chemie Lumineszenz Test verwendet Um Blut Hämoglobin Und Hämien nachzuweisen Die roten Blutkörperchen Hämoglobin Cool, Leute Wir sind Wir sind sie Ja, natürlich Riesenhupen hat sie Ich meine, ist ja auch logisch Na, Hausmeisterchen Ist nämlich jetzt die Frage Wie geht's weiter mit ihr? Ich bin sie